Klingspor, einer der größten Schleifmittelhersteller der Welt. Und das seit 130 Jahren. Die Basis unseres Erfolges, das sind unsere Mitarbeiter. Die Fachkräfte von morgen selbst auszubilden, ist uns deshalb besonders wichtig. Klingspor bildet im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich ca. 10 Auszubildende pro Jahr aus. Die Ausbildung ist wichtiger Bestandteil der Personalplanung bei Klingspor. Deshalb ist unser Anspruch, jedem Auszubildenden eine Perspektive zu bieten. Egal ob du eine kaufmännische oder gewerbliche Karriere bei uns startest, bei uns erhältst du Einblicke in alle Bereiche des Unternehmens, die für deine Ausbildung relevant sind und dir dabei helfen, Abläufe und Zusammenhänge besser verstehen zu können. Mir gefällt der Beruf gut, weil es vielfältige Aufgaben gibt und eigentlich kein Tag so ist wie der andere. Es gibt immer Neues zu lernen, Neues zu tun. Wir sind zum Beispiel auch in der Instandhaltung tätig, also direkt in der Produktion und hier in der Ausbildungswerkstatt. Sachen bauen, planen, umbauen, Einzelteile anfertigen, Ersatzteile anfertigen. Man ist schon in das Geschehen eingebunden. Ich finde es in der Firma cool, dass es sehr modern ist, dass wir zum Beispiel jetzt nichts schweres heben müssen, Ameisen haben, mit denen wir halt die Paletten fahren müssen. Meine Arbeit ist auch sehr abwechslungsreich. Ich fahre Stapler, packpakete, scanne Sachen ein. Wir haben halt viele Studenten, deswegen halt viele junge Leute auch hier. Ich finde das halt sehr angenehm, dass wir halt über alles mögliche reden können. Es macht mit allen Spaß, da wir uns mit jedem verstehen und wie so eine große Familie eigentlich hier sind. Das ist gut. Die Ausbildung bei Klingspür macht vielseitig, dass wir bis zu elf Abteilungen kommen. Also ich komme wirklich sehr weit rum. Ich habe gestartet unten bei uns am Empfang. Danach bin ich hoch in den Betrieb gegangen, um das Produkt kennenzulernen. Daraufhin bin ich dann unten hier in unseren kaufmännischen Bereich gekommen, wo ich das, was ich in der Schule gelernt habe, hier praktisch anwenden kann. Als Auszubildende fühle ich mich sehr gut wahrgenommen. Ich bin eine vollwertige Mitarbeiterin. Ich habe genauso Aufgaben wie jetzt auch feste Sachbearbeiterin. Ich weiß einfach, ich fühle mich geschätzt und weiß, dass ich gut aufgehoben bin. In der Ausbildung als Chemielaborant bei Klingspür verbringt man viel Zeit damit, nasschemisch zu arbeiten, Analysen zu kochen. Das heißt letztendlich nichts anderes als Qualitätssicherung, Qualitätsüberwachung. Es ist nicht so schwer, wie man es sich vorstellt. Also ich habe bei der Ausbildung gehofft, dass ich viel nasschemisch handwerklich mache, qualitativ, quantitativ und das wurde eigentlich voll und ganz erfüllt. Was mir ziemlich gut gefällt, weil ich die zweite Erwartung hatte, dass ich nicht einen typischen Bürojob machen möchte, sondern vielleicht so ein Mittellinn zwischen normalem Arbeiten und Computertätigkeiten. Und da habe ich eigentlich den perfekten Mittelweg gefunden. Unser Ziel ist es, stetig die Ausbildung zu verbessern. Zudem legen wir großen Wert darauf, dass die Auszubildenden immer einen Ansprechpartner haben, auch in den Abteilungen, wo sie eingeteilt sind. Zudem bieten wir für andere Unternehmen überbetriebliche Ausbildungslehrgänge hier bei uns im Unternehmen an. Übrigens, Klingsport zahlt nicht nur nach Tarifvertrag. Wir halten auch viele zusätzliche Leistungen für dich bereit, wie flexible Arbeitszeiten mit Leitzeitkonto, sowie Sport- und Gesundheitsangebote. Darüber hinaus verfügt Klingsport über eine Kantine mit reichhaltigem Angebot, eine gute Verkehrsanbindung und bietet dir ein breites Spektrum an Förderungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Neugierig geworden? Dann bewirb dich am besten noch heute unter www.klingsport.de Klingsport.de Klingsport.de Gut reinkommen, weit rumkommen und groß rauskommen. Klingsport.de Klingsport.de